oh danke schön die seifen danke mit orange finde ich ja das war auch mit am besten die haltbarste mir tut der finger weh hat die da rein gezwiebelt die ziegel so viel ich weiß echt nicht wo ich gucken soll haferthaler das sieht gut aus und ich hab hunger doch die mache ich doch glatt mal aus damit die mama auch mal was kauen kann was so leckerli hast du den liegen lassen kleiner bis satt ne bis satt kleiner mann ja probieren und riechen die gut haferthaler super lecker noch mehr kekse für mich auch das ist ja toll dinkelbutterkekse wertvoll rückt lecker also wirklich schmecken super 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 hier am arena kirschtee was nicht alles gibt sich sehr gut man riecht auf der küchenschrank dann super ne ich weiß nicht wo ich überall gucken soll so tolle sachen ich danke euch noch mal autan gibt es jetzt sogar mit aloe vera was nicht alles gibt super dankeschön in diesem jahr würden wir ohne autan nicht überleben bruno kaut noch fein immer noch mehr riesen knochen zu aber das kriegt ja alles nach und nach nach und nach erstmal kurz wieder mit geht es wieder mit geht auch lecker auch lecker mhm super mhm 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 time Max Mhm 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 Mh mhm Momorph